Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play The 19th Drag Collection Wir befinden uns im ersten Teil der drei Teile und zwar Drags Fortuna, also Drags Hoffnung. Attempt! Ah, best time for it. Oh nein. Ah, hm. Tablete Abschuss, sehr gut. Ich sehe ihn! Oh, zwei. Okay. Es geht los. Feuer! Oh nein. Okay. Das war's für heute. Okay. Ah, scheiße, Mann. Sorry. Wie ich sowas hasse. Wie ich sowas hasse. Ah, klasse. Was war jetzt los? Oh, Mensch, Leute. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja Schau! Was ist das? Hier! Das ist alles. Bewege! Er ist hier drüben! Da ist er! In der Ego gegen Warten kommt hier jemand. Das war's. Sehr gut. Sorry nochmal, dass das alles gar nicht so gut war. Oh, ein Drago noch Präzisionsgewehr. Das kann nützlich sein. Da hätten wir noch ein AK gewählt. Die Frage ist, wieso waren hier... Der Helikopter an. Wieso M4 plötzlich? So, jetzt geht's hier weiter und gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen können. So, jetzt sind wir hier oben. Ah, brauchen wir nicht. So. Ah gut, hier können wir das Tor öffnen. So, irgendetwas passiert, ich bin mir nämlich nicht so sicher. Ja. Ich weiß nicht. Wenn wir jetzt ja losfahren, wegfahren. Oh, verdammt. Hey! Wo kommst du denn her? Das hier musst du sehen. Das kommt jetzt eher ungelegen. Nein, Nate! Was soll denn das werden? Das musst du dir ansehen. Was denn? Das ist ein wichtiger als das. Was? Ah, du heilige Scheiße. Achtung! Achtung, Achtung! Achtung! Jetzt. Was, der lebt? Ach du heilige Scheiße. Ich weiß nicht nicht. Ich meine, ist das nicht möglich. Ist es möglich. Ist es möglich, das nicht nur mit einer Waffel bedroht, nicht wahr? Ja, ich sehe sie müssen. Ja, das ist wirklich komisch. Oh nein, Sully hat seine Fehler, aber ein Verräter ist er nicht. Wo sind sie hin? Äh, nördlich. Ja, Richtung Berge. Okay, es muss das Kloster sein. Gehen wir. Und was, wenn er mit denen zusammenarbeitet? Er wird gerettet? Oder er kriegt eins auf die Mütze? Beides. Ich zeige euch ihm so oder so. Wir sind wohl hier hoch. Oder kann man hier irgendwie noch was finden? Guck mal. Wir sind jetzt... Okay. Leute, könnt ihr nicht einfach mal eine Minute nicht da sein. Oh. Oh mein Gott. Nein. Nein. Oh, es ist einfach. Du. ja weiter schon oder nicht ach ja stimmt ja das brauche ich nicht bleiben bei der waffe ach nein ich glaube ich weiß was jetzt passiert ja ich weiß es nicht oder werden wir mal hier oder machen wir mal einen kleinen cut aber wir machen einen kleinen cut vielen dank des eingestattet für diese kleine folge also bei dieser kleinen folge und ja ich hoffe euch hat das gefallen den daumen nach oben also gefällt mir ein feedback würde mich sehr freuen und ja abonniert mich falls das noch nicht gemacht hat und wir sehen uns beim nächsten video euer ca18 gaming